Gute Eeeeee Toaaa Hey, 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 was soll das da oben? Das ist meine Begrüßung! Halt deine Klappe da oben! Aber ich bin du, du bist ich! Wir sind eins! Du kleines Stück Scheiße! Du bist nur ein Teil von mir, du bist nicht ich! Ich bin ich, du bist nur ein Teil von mir! Also halt deine Fresse da oben! Willkommen zu etwas, was schon längst vergessen wurde! Und zwar Lootfest 4 Lootfest 4 Wir, Ludfest, wir. Okay, ich auch. Hallo, meine Kinder. Ich bin heute auch dabei. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Was gab's denn heute zum Mittagessen, ihr kleinen Mist? Wir haben heute eine besondere Aufgabe zu erledigen. Wer vielleicht beim letzten Mal noch dabei war, weiß, dass wir heute einen Raid planen. Einen Angriff auf eine Burg. Oder sowas ähnliches. Sah jedenfalls so aus. Wir waren zu schwach, sie waren zu viele. Und jetzt sind wir wieder frisch unterwegs und werden sie alle vernichten. Und du da oben. Misch dich nicht ein. Oh, Junge, der Weg dahin könnte wieder ein bisschen länger dauern. Das war ziemlich weit weg. Ich glaube, das war irgendwo da. Da unten war das. Hier. Fertigungsanlage. Ist ein langer Weg. Oh, Junge, das könnte dauern. Ich kann dir ganz leicht helfen. Nein, ich brauche nicht deine Hilfe. Ein paar kleine Buchstaben rein und du bist der Allerschnellste auf der ganzen Welt. Was zur Hölle? Stirni, was soll das? What the fuck? Wieso bin ich so schnell? Stirni, du hast ja jetzt etwa nicht gecheatet, oder? Alter, wieso kann ich so weit springen? Wow. Jetzt bin ich der richtige One-Punch-Man. Er bin der richtige One-Punch-Man. Läuft ich überhaupt richtig? Ja, ist noch richtig. Hey, was soll das hier? Ja, hier. Wolfgang, stirb. Boom. Boom. Und zack, Alter. Ja, perfekt. So, da hinten waren wir letztes Mal. Da, da, da oben. Da oben. Da oben. Hier war ich damals. Hier habe ich mich irgendwo versteckt. Genau, hier waren wir. Genau da oben. Da steht sogar noch einer. Da oben steht sogar einer. Den holen wir uns gleich. Okay? Ähm, ich müsste vorne rein. Seitlich habe ich schon letztes Mal versucht. Das geht nicht. Dann müssen wir da vorne rein. Nimm doch meine Hilfe an. Hier hast du ein Geschenk. Was zur Hölle ist das? Was machst du da? Ich will das nicht benutzen. Oh doch, dann wirst du es benutzen. Dann wirst du es benutzen, damit wir sie alle vernichten können. Nein, Jenny, tu es nicht. Tu es nicht. Nein, was machst du? Oh mein Gott. Okay. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Alter. Alter. Wohin rennst du, hä? Hier. Alter. Okay, Stirni. Ich kipp's zu. Du hast einen Sinn für Humor. Hier. Und boom. Da unten ist noch einer. Hier. Alter. Diese Kanone. Die ist so krank. Wo ist er? Da ist er. Ah, geh weg. Hab ich ihn? Ich hab ihn erwischt. Wir können das nicht machen, Stirni. Komm, ich leg das wieder ab. Ich leg das wieder ab. Wir können das nicht machen. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair, wenn du hier anfängst rumzucheaten. Wir gehen da ganz normal rein. So wie immer. Ja, so wie immer. Strategisch rangehen und einfach rein. Okay? Dieser fucking Schnelllauf-Cheat, den du da eingetippt hast, Stirni. Der bereitet mir nur Probleme. Hallo? Seid ihr hier? Ich muss wahrscheinlich da oben rein. Oder unten rein. Ich glaube, ich muss unten rein. Kann ich hier auch noch irgendwie außen rum? Oh, da steht einer. Okay, 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 okay. Oh, die greifen an. Da hinten ist noch einer. Beim Hund. Ich komme! Lol, das ist ja ein... Oh mein Gott. Das ist ja ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dafür bin ich nicht gewappnet. Das ist ein... 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 Geschütz. Hundi, komm her! Komm her, Hundi. Stirb nicht. Äh, ja gut. Wie soll ich denn... Jetzt habe ich ein Problem. Ich bin ja eigentlich ein Nahkämpfer. Wie soll ich denn bitte da rankommen? Mit meiner Faust. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Wenn du einen Nahkampf brauchst, hast du eine vernünftige Waffe. Schidi, hör auf! Mach das nicht! Was der Helle habe ich da? Was ist das? Das ist nicht so eine Faust, die ich da trage. Ich bin so eine Faustwaffe. Hi! Na du? Wie geht's? Zack! Und gib ihm! Bam! Äh, okay. One-Hit. Hier, zack! Alle One-Hit alle. Alle One-Hit. Was ist das für eine krasse... Alter, der ist wohl gesplattert! Was hast du mir da für eine Waffe gegeben, Stirnny? Was soll das? Was ist das? Sie werden alle sterben! Nein! Hör auf! Mach das nicht! Ähm, hallo? Wo seid ihr? Leute? Hä? Es tut mir leid. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Tut mir leid. Wo seid ihr hin? Können wir noch vielleicht eine Runde gemeinsam spielen? Äh, hallo? Ach Stirnny! Schon wieder, weißt du? Mit dir will niemand spielen. Wenn du so ein Bullshit immer machst, dann will niemand mit dir spielen. Und immer machst du die gleiche Scheiße, weißt du? Man setzt sich hin. Will mit dir spielen? Nein! Du musst alles einem versauen. Die sind wirklich alle tot? Du hast die einfach alle getötet. Okay, wir gehen mal hier rein. Ich glaube, hier muss ich rein. Quest-technisch. Komische Tür. Geht auf und geht wieder zu. Und ich bleib draußen. Aber ich bin trotzdem drin. Magic! Okay, 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 okay. Was gibt's hier? Hallo? Ah, das sind Leute! Das sind Leute! Hilfe! 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 Too much! Oh mein Gott, ist das viele! Kein Problem! Hör auf damit! Nein! Mach es nicht! Ach, Stirnjie, bitte! Musst du das sein? Die Quest ist fertig! Das war's! Danke schön! Danke, dass du mir den Spaß nimmst! Wow! Die sind alle tot. Ich kann wieder rausgehen. Wow! Yeah, ich bin wieder draußen. Das ist ein... Er ist einfach... Alle sind tot. Er ist einfach... Alle tot. Ich bin hier alleine jetzt auf der Welt. Stirnjie hat einfach alle getötet. Stirnjie hat einfach alle getötet. Du bist ein Monster, Stirnjie. Hat ihr schon damals gesagt, dass du ein großes, böses Monster bist? Hä? Hat dir das jemand gesagt? Du bist eher ein Fluch als ein Segen. Ja? Ich würde diese Wörter wieder zurücknehmen. Ich nehme gar nichts zurück, ja? Guck, du hast das ganze Spiel kaputt gemacht. Ich kann keinen Spaß mehr haben. Wir wollen heute einen geilen Raid machen. Ein paar Leute hier jagen. Sneaky um die Ecken schleichen und so weiter. So wie immer. Und du läufst hier rum und bringst einfach alle um. Ja. Und du bist der Nächste. Was? Was machst du da, Stirnjie? Mach es nicht! Nein! Mach es nicht! Nein!